Mit Red Dead Redemption 2 liefert Rockstar eines der realistischsten und größten Open World Spiele aller Zeiten ab. Als Arthur Morgan, Mitglied der Bande von Dutch Wanderlinde, kämpft er Spieler mit seiner Familie ums Überleben, während er auf der Flucht vor dem Gesetz ist. Dabei durchstreift er eine riesige, frei begehbare Welt, in der Realismus großgeschrieben wird. So muss Arthur beispielsweise auf sein Gewicht achten oder die Waffen reinigen, damit er sie weiterhin benutzen kann. Ebenfalls liegt es ganz am Spieler, ob er mit der Spielwelt interagieren will oder nicht. Beschäftigungen wie Raubüberfälle, Nebenmissionen und Minispiele gibt es für den Willigen auf jeden Fall genug. Die Geschichte wird ebenfalls spannend und vielseitig erzählt und wird von Kapitel zu Kapitel spannender. Grundsätzlich ist Red Dead Redemption 2 ein tolles, wenn auch überraschend entschleunigtes Spiel, das er zum Verweilen einlädt und seine Zeit zum Entfalten und Warmwerden braucht. Wer die Zeit und Geduld allerdings mitbringt, den erwartet ein Gaming-Meilenstein, der nicht verpasst werden sollte. 2 1 1 1 2 2 2 3 2